Viele Schweißer arbeiten im Laufe eines Arbeitstages in verschiedenen unfunktionellen Haltungen. Durch kleine Haltungskorrekturen ist es jedoch möglich, die meisten Schweißtätigkeiten funktioneller, das heißt mit weniger Fehlhaltungen durchzuführen. Als führender Hersteller von Schutzgasschweißbrennern initiierte Abikor Binzel gemeinsam mit der Sportmedizinischen Abteilung der Universität Gießen eine Untersuchung zu den Belastungen der Schweißer bei ihrer Arbeit. Die Ergebnisse der gemeinsamen Studien führten zur Entwicklung leichterer Schweißbrenner und eines Fitnesstrainings speziell für Schweißfacharbeiter, das auf dieser Übungs-DVD vorgestellt wird.